Heiße Männer braucht das Land. Bald wird wieder der Mr. Germany für das kommende Jahr gewählt. Der Gewinner tritt damit in die Fußstapfen von Florian Molzahn. Promiflash stellt euch hier vier der heißen Kandidaten vor. Kandidat 1 Dominik Brundner, Mr. Baden-Württemberg, 23 Jahre alt, Männermodel, 1,87 groß. Kandidat 2 Fabian Fröhlich, Mr. Mitteldeutschland, 24 Jahre alt, Unternehmer, 1,78 groß. Kandidat 3 Henrik Bergmann, Mr. Hamburg, 23 Jahre alt, Lehramtsstudent, 1,91 groß. Kandidat 4 Steffen Rosenberger, Mr. Bremen, 27 Jahre alt, Außendienstler, 1,78 groß. Wow, eine echt erlesene Auswahl. Welcher Hottie sich durchsetzen kann, zeigt sich dann am 10. Dezember.